Ich will, dass ihr hier bleibt. Was sind das für welche? Das sind Schnaftabletten. Ich will, dass du heute Nacht mal richtig schläfst. Ich soll im Krankenhaus bleiben. Du hast kaum Zeit mehr für mich. Ich soll diese blöden Tabletten nehmen. Sag mal, stört es dich eigentlich, dass ich noch lebe? Nein, die hören wir jetzt los. Ich will das alles für eine Herztransplantation vorbereiten. Jesus Christoph. Wie ist das? Mein Mann. Vielen Dank.